Schluss. Es riecht hier schon gut. Sieht auch sehr gut aus hier. 20.30 Uhr. Was möchtest du schauen? Das ist auch gut gemacht. Was möchtest du schauen? Ja, mir ist es wurscht. Das ist hier wunderschön. Cool. So Leute, jetzt sind wir hier. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer haben. Ihr wisst, das kennt mich. Mein Kumpel. Ich bin von dem YouTube-Kanal, der an der Schutzabstattung noch eine Abenteuer. Zelt hier auf dem Kloster hoch. Auf dem Kreuzberg. Und Essen hier. Essen muss man selber holen. Aber wir werden mit denen von echten Mönch drin. Echt Mönch. Wahnsinn, gell. Echt Mönch. Der hat mir echtes Essen hier feindliches gegeben. Wir haben so einen Römertopf mit Bratenfleisch und Haxenfleisch und Knödel. Was hast du? Käsespätzchen? Ich habe Käsespätzchen mit Sauerkraut und Sem und zwei Partnerstunden. Und es ist nicht mal teuer hier. Es ist echt günstig. Ja. Und der Klosterhof hier ist schön. Wir haben da voll mit Bierpingern. Das ist in Aussicht. Ja. Das heißt Kloster-Kreuzberglauben und Genießen. Ja. Und man muss halt jetzt selber holen. Selbstbedingungen. Aber es ist auch nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Und die Küche hat bis 20 Uhr offen. Sehr empfehlenswert. Schaut euch das an, das Essen. Schaut euch an. Das sind echt Knödel. Hier sind es gemacht. Was hast du gesagt, da das? Haxenfleisch, gell? Haxenfleisch. Haxenfleisch. Und dann Käsespätzchen. Haxenfleisch. Und dann haben wir den Klosterbräu. Ja. Am Genießen. Das ist das Kreuzbergbier. Sehr gutes Bier. Genau. Und das ist Wochenende. Und unsere Tablette ist sicher auch noch drauf. Kreuzberg genießen. Das sind die Genießer. Muss man sowas genießen, das probiert. Und es schmeckt. Sehr gut. Käsespätzchen. Sehr gut. So schaut es aus. Super. Lecker. Sehr lecker. Am hoch, oder? Sehr zum Trinken. Kommt her, isst du was. Ein Kreuzberg. Hier gibt es. Echte fränkische Küche. Du hast ja gedacht, du bist das Fränkische Essen. Ja. Selbst gemacht von echten Menschen. Mönche. Prost. Leider muss ich Cola trinken. Anstoßen. Leider muss ich mal Cola trinken. Dann, äh. Ja. Denk ist zu. Küche und ähm. Denk, äh. 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 Kann nichts machen. Geil. Also. Wir hauen es rein. Lassen es schmecken. Vielleicht seht uns mal hier. Kommt zum Korsberg, aber dann ist es nur nicht vorbei. Oder seht uns mal andere Restaurants testen. Für den Preis ist es sehr gut. Die neuen Restaurants testen, oder? Die neuen Restaurants testen. Für den Preis ist es sehr gut und günstig. Genau. Und sehr freundlich. Mit guter Aussicht. Definitiv. Beste Wanderwege. Um was zu überleben. Und mit U-Bus. Ich weiß nicht, wie ist das Spock oder Alpesin? Ist das Spock. Rotschepacker. Ja. Jody, komm her. Ja. Na ja, ich bin in Denner Jones. In Denner Jones 4 gab es auch einen Bus. Ich sagte uns nur eines. Käsespätzle. Einmal drei Versuchen auf die Käsespätzle. Gut. So, der kann einen Bus hier sogar herfahren. Keine Ahnung. Das waren die Toiletten. Oh, Witzburg. Da ist sie hier. Und da ist sie Kreuzberg. Uh. Ich hab gesehen, die Karte drinne. Wir sind ja so weit weg von Kreuzberg. Bitte? Wir sind ja so weit weg von Kreuzberg. Du hast unten was rum. Ein Flugzeug. Ja. Schön. Sehr schön. Hallo. Wir sind George. Julian. Dick. Und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Ja. Wir sind selbstbewusst, aber niemals überheblich. Klicken unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Und doch mal passiv. Wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Manchmal läuft es noch blau, manchmal nicht. Wir laufen trotzdem weiter mit dem Echel im Gesicht. Wenn wir fallen, was sonst spielt das Leben in. Wir stehen wieder auf. Lassen wir uns nicht unterlegen. Manchmal geht der Stein nach unten, manchmal weg auf. Fünf Freunde geben niemals auf. Fünf Freunde geben niemals auf. Wir zusammen sind wie eine Macht. Wir sind so stark, das ist nur so klar. Drei im rows sind Sky, dasMach besser steckt. Es ist nur so schön. Eine Ideologie wirdråde deswegen сюда erre先. Können Freunden,vio. Ja, alle sind Freunde und Freunden, dass sieher. Oh, oh. 25 Freunde, dass sieher. Oh, oh, oh. Canno sind Freunde und Segel für uns.. Ich bin ein Thema. Das muss es sein. Das teilt immer so her. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR